Und auf jeden Fall dann Envy, jeder trifft irgendwie nicht und dann haben sie Scream, ja, wie er einfach immer von irgendwie so rückwärts wirft, einfach immer durch das Loch, ja, also halt so, Headshot Machine, oh mein Gott. Und jetzt kommt der Typ vom Fighter war mit dem Pferd und zieht mich. Er reitet auf dem Pferd durchgehend rum, ja, stronger Junge, oh mein Gott, ich wurde gerafft, Miracles do happen. Heute kommt wieder ein guter Tag, weil er uns im Zocken hat. Nee, dafür hat sie schlicht angefangen. Hup, der Typ reitet da immer noch rum. Ja. Oh, das ist so, das ist so, das ist so. I know. So, wir pushen dich leicht. Weiß nicht, was du meinst. Oh Gott, ich bin weggerannt einfach. Okay. Das sind ja drei, vier Gegner. Rechts von mir auch noch. Was machen die? Die sind ja auch richtig... Hier rein, schwarz. Die sind richtig, die hätten mindestens einen von uns haben müssen. Oh mein Gott, ja, da sind drei, die Leute auf einmal gespawnt. Oh mein Gott, ich hätte wirklich kein Problem damit, wenn es Leuten einfach... Ähm, eine Nate alle drei Minuten oder sowas am schnellsten geben würden. Oder vier Minuten oder sowas. Oh Gott, genau so. Könnte ich aber nicht mehr spammen. Was? Du wirst einfach durchgehen. Du wirst unlimited Nades. Und die Wurfanimation muss man auch noch ein bisschen schneller machen. Du meinst, es gibt einfach keine Animationen mehr. Ja, schon. Du kannst einfach durchgehend G-Spam mit Impact. Wenn sich die Leute beschweren, dass eine Animation zu lange dauert, machen sie es irgendwie zu schnell oder entfernen das komplett. Ich mein, das Spiel ist halt loop-gerecht. Und du kannst halt da es auch nicht verübeln, dass sie was für Casuals machen, weil sie halt einfach die Haupteinnahmequelle sind. Und wir sind halt die komplette Ausnahme. Ich fand aber irgendwie ein 44er Magnum irgendwie lächerlich mit der Nachlader-Animation. Wie? Meinem Gefecht, der lädt so nach, als wäre geschildet und alleine auf einer Testrange. Was, die magst du mir irgendwo hinschmeißen? Ich weiß nicht, also... Die Magnum war nicht ziemlich gut, aber die übergängig war. Aber an sich war die UREP-Valance im B3000-Mark, weißt du? Abwürdig sind wir für an dem 16. Selbst die... Ah, ich will mir selbst Ammo. Ich hab dir ein Ammo hingeworfen. Das hab ich nicht bekommen. G-G-G. Gott. Der Typ, der hat gerade eben ein Teammate von sich gerafft und dann wirft er mir noch eine Brandnade ins Gesicht. Aber unser Squadman ist cool, der Raft. Na, ich werde tot, pass auf. Magst du mir jetzt ein Ammo hinschmeißen? Wenn der... Mein ist halt gleich wieder disappeared, als... Nein, echt jetzt. Warum hab ich das Med-Kip früher bekommen? Rechts ist noch ein Medic. Ah, cool. Ich hab ihn noch nicht gesehen. Den HP noch. Nein! Er hat noch zehn. Over there. Nicht mehr mit Sank. Und dann, äh... Ja, da kommen wir alles hin. Ja. Run away. Au reine. Du hast ja. Der Hände will nicht sein. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Zwei Brot im Helg. Sorry, ich muss einfach mitmachen. Du hast ihn eben geneifet und es hat bei mir wie die Bludgeon, wie der Bludgeon uns hat einfach angehört, dieses Butsch und schon, weißt du was ich mein oder? Das Beste ist immer noch der Ding von den Bludgeons Ja oder von diesem Maze oder so Sniper mit Spawn Protection, ja Kommt der da rein Das war eine Automatik, die da gespawnt ist und da ist noch ein Medic gespawnt Den machst du wie der Boys Crisp Clean Lock Gleiche von mir von dir Ja Also, die Leute das raffen Wenn es einer raffen ist, ist er mein Held oder einfach nur ein übel zu bescheuert Typ weil du die Videos gut findest wahrscheinlich eher das bekommt ein Bajonett Schrautsch ja 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 keiner piekt und dann einfach 5 Leute auf einmal wieder lol frag dich Spawnen die hier? nein die spawnen unten ach bei B kann gut sein ja ah da ist ein Heavy Tank ein Mortar 1 2 hmmm I love it so much fun up in the sky it's a bird it's a plane it's ultra rape da 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 pfff 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 good old John John Doe ok ja ja snipe mh 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 Die haben unseren Tank geklautet, doch. Weil der gleiche echt hoch. Ja, ne, brauchst du nicht rüber laufen. Hoffen wir, dass unser Thema jetzt ist, Captain. Ja, da laufe ich rüber. Ah, viel Spaß. Du darfst hier nicht mitcappen, du wolltest nicht. Hinter dir ist einer gespawnt. Ja, es sind irgendwie keine gespawnt. Ja, es ist 1 auf 1, aber ja, wir gehen weiter. Und dann, die restlichen, die wir hier haben. Und dann, die restlichen, die wir hier haben. Und dann sehen wir, dass wir hier in der Luft auch. Weil der eine Mörser flottet hier in der Luft. Weiß ich nicht mehr. Du kommst in die Town mit Kiddies. Das sagt immer noch eine Menge über die Leute aus. Jason hat eigentlich ziemlich gut in diesen Spots. Naja, das sagt einfach alles über jemanden aus. Ja, schon. Wenn ich nicht gerade mit jemanden deranke und höre, dass er ein Kidd ist. Weil es einfach so ist, ja. Schon. Aber hier redet er nicht mit uns. Kann er ja nicht. Daddy schafft das. Pfff. Kann er ja nicht. Ach ja, ich seh du so ist halt aber... Und da ist die Nade schon. Ja! Oh, yes, yes, and again, just, just, let's go, let's go, come on, come on. MagSlimb is the best choice, isn't it? He is, he is so good. I love MagSlimb. Over there, it's an enemy scout. He deserves, he deserves a kill, but for a MagSlimb is not easy to kill without him. Especially the scenarios where he will be the MagSlimb is the most. Fine, you could all, you could all. Okay, I'm going to go. A real man-slaughter here. That's for you, that's for you, that's for you a really crazy kill farm game. Aiming just to run. Run-wumsen. HM-3. Give him a headshot. Damn son. Yeah, I got one too. Er führt das weiter! Damn! Son! One hit natürlich! Oh, die teammates raffen einfach wie die Bekloppten. Ausgezeichnetes Team. Exzellente Voraussetzungen. Für ein 100 plus Sniper-Spiel. Nein, das glaub ich nicht. Außer du bist vielleicht allein, ja. Ne, das macht auch keinen Sinn. Du schaffst aber kein 100 plus Sniper-Spiel, wenn das nicht über 30 Minuten geht's. Sicher hat das jemand erreicht. Ja, aber nicht auf Conquest in, keine Ahnung, wie wenigstens Minuten. Standard Conquest-Spiel, kannst du ganz vergessen. Doch, ich hatte ja schon mal einen Hunden. 100 zu 11, als du mitgespielt hast. Ja, das war mein erster sogar. Ja. Ich werde wahrscheinlich sterben hier unten drüber. Wenn ich brülle, dann aufpassen. Ich werde auch sterben. Ja, du brauchst nicht brüllen. Schon, ich werde hier mit Nays beschossen. Oh mein... Okay, also, ich bin bei meinem Rennen. Okay. Hätte ich nicht ein Problem suchen, aber... I take it. Was? 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 Nein, jetzt bin ich dauernd hingültig. Ah, da kommt ein Team-Mate. Was ist das? Oh mein Gott. Holy shit, sind da oben so viele in dem Haus. Was hab ich für ein Aim gerade? What the fuck? Nicht so laut. Wir müssen diskret sein. Das ist unser Geheimnis. Was? Lass ein Spin-Bot aus, damn yes. Kannst du nicht bringen. Pffft. Was sagt denn, dass ich Spin-Botte? Ich seh's doch. Mama, er hackt. Pffft, pffft. Pffft, pffft. Ja, Junge. Ich hoffe, es geht auch rein. Nein, 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 nein. Gut. Ja, okay. Ja Das macht einfach keinen Sinn. Für die Gegner, ich wär auch mad. ganz hinten das ist eine kavallerie unser spot, unser spot, bypod mg ok kein bypod, aber bei einem mg servien mit knees toll klobeck, bevor er anfängt mit der runterschreibt sie den namen in einem death note rein fakt ist er oh ok lol ist einer ausgestiegen und jetzt rumgebugt eh 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 ah 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 wir gibts gleich erst mal ich komm nicht drauf klar ich lauf auf c bin auf der flagge drauf und instant netting rifle nade einfach ab perfekt auf mich und da wieder einfach eine nade und noch eine nade okay sitzt irgendwo bei b auf dem haus da und holt mich hoch c mit einem fracklauncher geil die gehen viel zu weit die dinge nein so fucking frustrierend kommt gleich eh wieder von irgendwo random explosive her um ich habe jetzt Ich bin die Ammo Nein, das ist die TV-DOS Nein hinter mir Hat mir einfach auch noch 80 oder so gegeben Serio oft Klatsch Säte Säte Er Säte 都 Ja 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 Sie sehen ihn, auch Brüter. Ja Der Zug Echt Der Molly lag so weit von mir weg Ich hatte auch grad die ganzen bescheuerten Schüsse Nein Nein, das war so bad Oh mein Gott Und ich sterb nur durch Nades Die lassen sich ja dritticher zurück dritticher zurück pushen obwohl die den Zug haben Boa Vorher habe ich jetzt einen Hit bekommen Hör die beiden Sniper oder was? Ja 18 4 Headshots Von einem Level 60er Mit 13 Service Stars Und jetzt läuft da ein Raum rein mit der R.A.T. Rocket Gang draußen Ja Ja Hier war der nicht drauf Ja Ja Oh Was ist das? Was ist das? Wow Und sie sind nicht in einer Position, dass sie sich mit einer anderen befinden. Und sie sind alle in einer anderen befinden. Gestern fast genau das gleiche gehabt. Nur mit 85,3. So ist.